So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Netflix-Play-For-Mion. Bei diesem Mal spiele ich hier A Call of Juarez, wie auch immer man das ausspricht, ganz länger. Ja, das ist hier so ein Spiel vom Willenwesten, sage ich mal, ja. Und ich werde ja noch spielst, ich habe schon mal kurz angespielt. Und ja, eben diesen, wie man hier schon sieht, ziemlichen Comic-Stil. Ähm, ja, der Ton dürfte jetzt eigentlich passen, ich bin mir nicht sicher, es könnte sein, dass es jetzt zu leicht ist. Aber es dürfte so ungefähr passen. Also, das ist echt ja krass, wie laut Traps den Ton aufnimmt. So, dann gucken wir uns das mal kurz an. So, dann gucken wir uns das mal kurz an, Herr. Ich glaube nicht. Ich habe hier noch nicht in vielen Jahren. Nämlich Silas Greaves. Silas Greaves? Der Bounty Hunter? Er war es. Oh, was machst du hier in Abilene? Ich bin einfach durch. Ich habe ein bisschen Geschäft zu machen. Na, Herr, es wäre ein Ehre, wenn du mir eine Biergügekrieg würdest. Ich bin Dwight. Das ist Jack. Und Steve. Ben ist hinter der Bar. Ich hoffe, du hast ein paar gute Geschichten. Ein paar. Einige von ihnen ist wahr. Jack, mach dich. Ein paar. Was ist dein Schuss mit Henry Plummer? In Bannock, Montana. Ist das wo du begonnen hast, als Bounty Hunter? Das ist das, was es in diesem hier Dime Novel sagt. Ich glaube nicht, dass du alles in diesen Dime Novel sagt. Der erste Mann, der ich schraubte, war, als ich mit Billy, der Kind war. Du kennst du Billy, der Kind? Damn right. Das schraubte, son of a bitch, hat no fear. Wouldn't back down for nobody. Ich habe gehört, dass er die 10 Starrer aus allen Krookern-Lawmen, die ihn verletzt hat. Es war eine Krieg, boy. Die Krieg der Linkin-County. Und Billy hat gesagt, dass seine Regulatoren, dass er die Leben von jedem Mann, die helfen, den John Tunstall zu helfen. Der Kind hatte eine große Karte auf seinem Schulter und ein Haare Trigger-Temper. Das war etwa 30 Jahre vor. So, man sieht jetzt auch schon alles, ja, in diesem Comic-Stil. Ja, genau, das habe ich gemeint. Das wird jetzt nämlich hier ständig sein. But before I tell you why I want that some bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha. No, Steve, the other kind of funny. Einfach so. Er wird sich nicht vermeiden lassen, eben da mal reinzureden. Gut, aktuell Missionsziel ist Gerhard zu versteckt zurück. So, ein einziger für dich zur Zeit habe. Dann knall ich die mal weg. What the hell? Shoot that some bitch! Gut. Äh, ja, EP. Ja, ne? Wir kommen durch Gegnerledigen und braucht man zum Levelaufstich. Was it Pat Garrett's Posse? Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deportees are surrounded the entire home state. So, that's just what I did. Ja, man kann hier mit Q die Konzentration aktivieren. Ja, das ist dann so aus wie, ja, Zeitlupe, wo man daneben schneller und genauer erzielen kann, um daneben, weil möglichst wenig einem Schaden die Gegner zu, ähm, erledigt. Oder manche ist einfach daneben. Aua. Das ist natürlich scheiße. Man hört auch hier überall die Kugeln einschlagen. Auf jeden Fall schön gemacht. Die Comic-Grafik... Ja, ich nenne mal Comic-Grafik. Dürfte einige machen. Was ist es jetzt? Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Muss man sagen, es ist jetzt nicht ganz mein Stil, aber... Es sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das geht's doch nicht, ne? Ich hab mir ja ein tolles Spiel ausgesucht. Das geht's doch nicht. Ich bin doch bestimmt gleich tot. So, warte ich jetzt mal kurz hier. Das geht's doch nicht. So, okay, dann werde ich mal kurz wieder konzentration versuchen. Ich hab zwar jetzt nicht... Äh, ich hab zwar jetzt nicht sehr viel, aber ganz kurz halt. Scheiße, ich hab nichts getroffen. Ich bin doch schon... Bist du gleich tot, oder? Oh, ne. Das geht doch nicht gleich mehr ins Level, ne? So, jetzt läuft's doch bis jetzt. So, jetzt läuft's doch ein bisschen. Ich muss mal kurz rum, wo der ist. Das geht doch gar nicht. Ja, haha. Da war er. Da war er. Hätt ich jetzt... Hat gar nicht gemerkt. Das war er ein... Ja, ich sag mal... Versuchsschuss, als ich wusste, nicht ganz klar war, dass er es aber auch zu geschossen ist. Weil ich dachte ist... Ist da vielleicht... Ja? Da haben wir ein Geheimnis entdeckt. Ach lo! Ja, jetzt kann ich diese Fähigkeiten auswählen. gut als ich habe einen Punkt das, das oder das das finde ich, ich glaube das ist jetzt erstmal das Beste der Mann hat schon am Anfang gesehen, dass er versucht auf Distanz zu schießen also, ja jetzt muss ich mal kurz ein Herz einstecken, das kommt auch immer nur wenn ich aufnehme, das gibt es nicht das heißt, jetzt könnte es ab und zu vorkommen damit ja, dass ich das jetzt kurz neu starte, das macht es immer wenn es eingesteckt ist fragt mich nicht warum größter Scheiß jetzt überhaupt gibt und deswegen könnte ich mal kurz wechseln, aber dann ja, das geht auch nur ganz kurz man zieht aber auch niemanden, ne